Großrazzia ab 6 Uhr heute früh in Braunschweig. In 8 Gebäuden, hier am Hauptsitz und in Berlin, durchsucht die Polizei die Räume der deutschsprachigen muslimischen Gemeinschaft, beschlagnahmt das Vereinsvermögen. Die Online-Angebote der DMG werden gesperrt, der Verein verboten. Ein harter Schlag gegen die salafistische Szene in Niedersachsen und darüber hinaus, so die Innenministerin. Wir werfen der DMG vor, dass sie im Grunde salafistische Brunnenvergifter sind. Sie leben ein Weltbild, das mit unserer Demokratie und unserer gesellschaftlichen Realität hier nichts zu tun hat. Sie wenden sich aggressiv gegen Frauen, gegen Ungläubige, gegen andere Religionen. Sie sind antisemitisch, sie sind israelfeindlich. Sie leben ein Familienbild, das bei uns in Deutschland keine Unterstützung hat. Und das tun sie sehr aggressiv. Sie sind omnipräsent im Netz. Mit ihren Online-Predigten und Vorträgen in sozialen Medien hat die DMG eine hohe Reichweite, v.a. unter jungen Muslimen. Rund 35.000 Follower auf TikTok, 80.000 Abonnenten bei YouTube, dazu Instagram und Telegram. Für ein zunehmend radikalisiertes Programm voller Hass und Hetze. Alles getarnt als jugendnahe, friedliche Lebensberatung. Z.B. wie eine Frau sich zu benehmen hat. Sie muss darauf achten, wie sie redet draußen. Sie kann nicht lachen und schreien und hey, das darf sie nicht. Warum? Weil sie muss neutral und unauffällig wirken wie möglich. Die Prediger sind eben allesamt Personen, die ein sehr rigides Islambild vertreten. Und die das gleichzeitig vermögen, in sozialen Netzwerken, in sehr, sehr kurzen Videos auf den Punkt zu bringen und mit Humor zu kombinieren. Und gerade dadurch für Jugendliche sehr, sehr anschlussfähig sind und an die Sehgewohnheiten junger Menschen anschließen. Der Verein selbst gibt sich harmlos, frei von jeglicher Gewalt. Doch nach Ansicht des Verfassungsschutzes verstößt er gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung. Der Zentralrat der Muslime ist besorgt. Natürlich sind wir angehalten als Muslime, darzustellen, dass das nicht unsere Richtung ist. Dass es nicht die Mehrheit der Muslime ist. Und damit sind wir darauf angewiesen, dass diese Differenzierung auch bei der Öffentlichkeit ankommt. Das Verbot der DMG war eng mit der Bundesregierung abgestimmt. Es soll ein Zeichen setzen, dass extremistische Ideologien hier nicht geduldet werden. Bei dieser Moschee in Braunschweig ging es um Propaganda. Und das hat mit der Europameisterschaft erst mal nichts zu tun. Es ging nicht um Gewalt und es ging nicht um Terror, sondern um Propaganda gegen unsere Grundwerte.